Ein sperriger Multimedia-PC kommt Ihnen nicht ins Wohnzimmer. Dann setzen Sie auf diese flüsterleise Box mit Android-Betriebssystem und Internetzugang. Damit sichern Sie sich beste Unterhaltung. Ob Fernseher, Beamer, externe Festplatte oder Notebook. Sie können viele Geräte mit der Box verbinden. Möglich macht das die Vielzahl an Signalausgängen auf der Rückseite. Für den kabellosen Anschluss an Ihr heimisches Netzwerk wird die Meteorit-TV-Box zusammen mit einem WLAN-Stick ausgeliefert. Steht kein WLAN zur Verfügung oder möchten Sie die Box ausschließlich per Kabel mit Ihrem Netzwerk verbinden, nutzen Sie den LAN-Anschluss. Völlig entspannt durchs Internet surfen ist jetzt komfortabler denn je. Google, Facebook und Co. steuern Sie ganz bequem vom Sofa aus an. Wenn Sie beim Surfen lieber mit Maus und Tastatur arbeiten, ist das auch kein Problem. Die integrierten USB-Schnittstellen der Box erkennen die Peripheriegeräte auf Anhieb. Jetzt nur noch die Umschalttaste auf der Fernbedienung drücken und schon können Sie beliebig zwischen den beiden Steuerungsmöglichkeiten wechseln. Der schnelle Prozessor und ein integrierter HTML-Browser bilden ein echtes Dreamteam für alle Ausflüge ins World Wide Web. Sogar Ihre elektronischen Nachrichten können Sie mithilfe der Android-TV-Box empfangen und beantworten. Ein Setup-Assistent hilft Ihnen beim Einrichten der E-Mail-Konten. Die digitale Videothek in bester Full-HD-Qualität begeistert alle Zuschauer. Direkt von der Festplatte oder einem USB-Stick liest Ihr neuer Hightech-Entertainer besonders viele Formate. Und auch in puncto Musikwiedergabe wird Sie der 1000 Sasser garantiert überzeugen. Spiel und Spaß für Ihre Multimedia-Box versprechen diverse Apps für das Android-Betriebssystem. Diese beziehen Sie größtenteils kostenlos über das vorinstallierte App-Center. Mini-Anwendung aussuchen, herunterladen und installieren. Schon können Sie die neue App nutzen. Das ist wirklich ein Kinderspiel. Mithilfe der Android-Einstellung Anwendungen entfernen Sie überflüssige Apps im Nu wieder vom System. Dazu müssen Sie nur die App auswählen und deinstallieren. Die kleine, leise und günstige Alternative zum Multimedia-PC. Die Meteorit-Box hat alles, was das Technikherz begehrt. So sieht die Zukunft des Heimkinos aus. So sieht die Zukunft des Heimkinos aus.